Naja, also da waren beide dran beteiligt, nicht nur der Deutsche. Also ein schöner Kampf ist das nicht mehr, das ist klar. Jetzt wieder einen Wertungstreffer für Mendy. Naja, jetzt muss er aufpassen, jetzt muss er aufpassen und da ist die Verwarnung, da. Und nur plötzlich steht es nur noch 6 zu 4. Jetzt wird es aber dramatisch. Oh, da kommt die Rechte, 6 zu 5. Da ist Mendy durch mit der rechten Gewissen. Was ist los mit Luan Krasnicki? Und eine schlimme zweite Runde. 6 zu 5 führt unser Mann noch. Weil ich zweimal schon verloren habe gegen ihn und gerade bei der Europameisterschaft, ja. Da, wo sie mit mir wirklich scheiße gemacht haben, auf Deutsch gesagt. Und ich freue mich, dass ich bei der nächsten Europameisterschaft diesmal gewonnen habe. Und jetzt hat sie ihre Wunsch nicht ausgenutzt. Dankeschön, dass Sie hier waren. Danke auch. Jetzt geht es weiter. Also, jetzt bin ich gespannt. Was war der Letz war die Rechte mal da. 7 zu 5, endlich wieder. Oh, Kopf hoch. Was? Was ist das denn? Eine Verwarnung. Die zweite. 7 zu 7. Da sah das so aus. Mit 6 zu 1, da kann ich es mir anbrennen. Du an Kämpfe. Komm her mit der Rechten. Was habe ich gesagt? Du bist aus Rottweil. Sei wie ein Rottweiler. Beiße nochmal. Kämpfe. Ja, gute Aufwärtshaken. Und dauernd macht Putschkopf der Russe an unserem Mann rum. Der drängt. Der schiebt. Der steckt durch. Was ist los? Was ist los mit Luan Gaznicki? Ja, immer wieder wird unser Mann, so wird er unsicher gemacht. So macht man das. Da war die Linke drin. Und keine Wertung für Gaznicki. Na und, was ist da? Was ist denn da? Der kommt mit dem Kopf an. Unser Mann hat zwei Verwarnungen. Und hier nur eine. Das kann doch nicht wahr sein. Die letzte Minute. Nein, Herrgott nochmal. Nochmal die Rechte. Ja! Ja! Und es gibt wieder keine Wertung. Da war die Rechte drin. Oh Gott. Er trifft nicht mehr genau. Unser deutscher Meister ist kämlich alle. Immer noch 7 zu 7. Und noch 50 Sekunden. Komm, nimmt die Arme hoch. Weiß nicht, was da los ist. Seht ihr was? Da. Und der Kleine drückt und schiebt. Nicht unser Mann nur. Da war die Rechte. Da war sie doch drin. Nochmal. Und wieder keine Wertung. 8 zu 7. 8 zu 7. Einen Punkt hat er vorn. Einen Punkt. Noch 20 Sekunden. Herrgott, hau raus. Die Rechte nochmal. Er ist mitgenommen. Komm. Nein, die muss mehr innen kommen. 16 Sekunden. Ein Wahnsinn. 16 Sekunden. Kannst du nochmal die Rechte schlagen? Ja, die geht zu dir außen vorbei. Die muss die mehr nach innen kippen, Luan. Nochmal. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. 8 zu 7. 8 zu 7 gewinnt unser Mann. Das gibt's nicht. Von vier Finalisten. Drei durchgebracht. Europa Gold. Und einmal Silber. Und dann haben wir noch einmal Bronze. Na ja. Na ja. Na nein. Er war. Er war klar. Der beste Mann. Anderthalbrunden. Aber was ist los gewesen? Er war kaputt. Er war kaputt. 8 zu 7. Eine knappe Endste Vorbereitung.